Ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 2. Dezember und heute geht es um einen Jobwechsel. Vielleicht hast du hier etwas vor oder du bekommst hier ein Angebot und dann haben wir ausgeschlossen. Okay, ein Jobwechsel ist heute ausgeschlossen. Wenn du darüber nachdenkst, den Job zu wechseln, dann denk lieber nochmal in Ruhe darüber nach. Vielleicht bewirbst du dich wo und heute bekommst du hier eine Absage. Also ein Jobwechsel, wenn du das vorhast, ist heute ausgeschlossen und es gibt bessere Tage für dieses Vorhaben. Damit wünsche ich einen schönen Tag. Tschüss.